Moins und Leute zusammen, der Dampfstart mit Road to Platin. Diesmal komplett alleine. Diesmal kein Duo-Cube, gar nicht. Diesmal ein komplettes Solo-Cube. Willkommens, ich dachte mir, ich habe nach der Runde, mit der ich Riko gespielt habe, hatte ich Bock auf LOL nochmal. Riko hatte keine Lust auf LOL. Mit Dennis wollte ich gerade nicht spielen. Oder hatte ich keine Lust. Wollte es halt mal mit Solo-Cube ausprobieren. Let's finish it. Ja, da habe ich auch Bock drauf. Ja, war halt die letzten paar Male, die letzten 16 Games, sind jetzt 16 Games schon, die oben sind, nur Duo-Cube. Und es lief gerade nicht so gut. Wir hatten schon gute Games. Das letzte Y-Game haben wir ja gesehen. Ich habe die Wilds-Tanky gebaut, die Wilds getankt. Ah, unser ADC. Und unsere Jinx. Gar nichts. Hat nichts gemacht. Überhaupt nichts. Das ist total schwachsinnig. Naja. Ja, schauen wir mal. Es kann sein, dass die Cam ein bisschen leckt, wie ich das gerade ein bisschen sehe. Fragt mich nicht, warum. Warum nicht gerade so leck. Wie ihr auch gerade seht. Ich bin auch total... gerade übermüdet. Weiß ich auch nicht. Ich bin schon munter und so. Aber ich habe nicht viel geschlafen. Oder sehr spät bin ich ins Bett gegangen und eigentlich sechs Stunden geschlafen. Aber das hat mir anscheinend nicht so gut getan. Deswegen werde ich auch das schön gesmoothed angehen. Wollte am Anfang eigentlich Kalista spielen. Wäre ein gewagter Pick gewesen, aber hätte ich richtig Bock gehabt, den in meinen Rank auszupacken. Aber es ist jemand gelieft. Und jemand, ähm... Ja, und ich bin halt bottom. Jetzt mit den Graves hier. Gegen einen Sirian und gegen eine Tristana. Bin ich jetzt mal gespannt, was da läuft. Aber es ist halt Tristana mit Sirian Power. Zwei Bombensysteme. Die neue Tristana habt ihr ja schon mal gesehen, wo Riku dabei war. Und man sieht gerade, ich habe irgendwie ein bisschen Wechsel. Ja, sehe ich gerade. So, sehr schön. Das ist das Bombensystem. Man schmeißt die Bombe drauf und es macht Schaden. Das höchstwahrscheinlich wird es sehr nervig, weil Sirian kann auch eine Bombe draufschmeißen und es ist nicht witzig. Boots. Ich kann mit Auto-Attack sehr harassen. Äh, Annie hat mit einer der größten Auto-Attack-Range. Wenn es auch ein Supporter ist. Eigentlich ein Supporter. Eigentlich ist es ja mit Lainer. Wird häufig auf Support gespielt. Oh, mit Craves ist es halt eine gute Kombi. So, das sieht man ja. Ich stehe da und kann die halt richtig schön attacken. Harry ist hier jetzt wahrscheinlich nicht, aber es ist schon ein bisschen nervig, muss man sagen. Seht ihr? Einfach da. Ja, hat keine Schnitte hier. Ist jetzt nicht so OP, muss man sagen. Ja, wir haben jetzt den 15. Februar, muss man sagen. Einen Tag nach dem Wallendienstag. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Wallendienstag gehabt oder schön Fasching gehabt. Aber ich bin keinem, ich glaube es. Ich bin überhaupt nicht so der Wallendienstag-Fan. Weiß ich nicht, auch wenn ich eine Freundin hätte. Weiß ich nicht. Ich war im Wallendienstag nie toll. Weiß nicht, das ist für mich so ein Tag. Warum sollte man da einer Person, die man liebt, was schenken? Warum braucht man einen Tag dazu, um das zu machen? Frag ich mich halt manchmal. Na gut, manche gibt es dazu, die das brauchen. Okay, für das Blatt auf Top-Lean. Ach, wir haben diesen Top-Lean. So, war der low? Ah, geht halt. Na ja, mal schauen, was das wird. Ich hoffe, der gewinnt. Ah, der hat mir überhaupt mit drauf geworfen. Das ist ja nicht klar. Ich glaube, wie macht er denn überhaupt? Ah, es ist... Ah, geht halt. Gut. Wollte ich gerade eine Bombe draufschmeißen? Ich weiß gar nicht. Die Range ist schon krass, muss ich sagen. Gut. Machen wir hier ja schön, dass... Ey, no, 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 no. Schmeißen wir keine Bombe drauf. Ah, seine Bombenrange ist so anscheinend genauso hoch wie meine... Ähm... Wie meine Autotech-Range, kann man fast so sagen. Habe ich das Gefühl zumindest. Mal schauen. Okay. 2 Bomben. Das ist alles. Ich glaube deswegen, weil wir hatten mal im Game halt, davor, da wurde Tristana gebannt. Ich glaube, aus dem einen Grund wurde Tristana gebannt. Dass man das halt nicht machen kann. Weil das halt sehr, sehr nervig ist. Alter, schwer. Ja, wir machen auch übelst moderaten Damage. Wir haben dann auch noch den Stun ready. Aber es ist halt sehr risky gerade im Moment. Weil Tristana... Wir haben zwei Bomben. Wir haben zwei Bomben. Stun habe ich ready. Aber es ist halt so die Frage, wie wir halt gegen die Traten können. Ja, die kann wegspringen. Das ist die Klaue noch. Ah, nice. Das ist mir schon klar. Mein Goodster. Sie hat eine höhere T-Könnt als ich. Ja, uh. Das ist halt dumm einfach. Das ist halt, wie ich gesagt, dumm. Ach, das ist doch... Mann, 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 Mann. Das ist hier nicht toll. Das ist hier wirklich nicht toll. Alter, komm. Bitte. Die kriegen sie nicht. Klasse. Das war aber gerade sehr krasser Damage. Von den beiden. So, Magic Pen habe ich dabei. Ich habe ein paar andere Runden dabei. Wir kloppen auf AP. Ein bisschen Magic Pen dazu. Schauen, wie das wird. Schau, wie ist denn schon ein bisschen. Verpiss dich. Das ist meine Auto-Attack-Range. Und das ist meine Bot-Tonellen. Er hat keinen Farm bekommen. Er hat keinen Farm, mehr oder weniger keine XP. Weil das ist schon ein bisschen nervig für ihn, wenn er keine bekommt. Muss man einfach so sagen. Ja, komm. Pushen kannst du, oder? Willst du noch da bleiben, oder? Wie sieht es aus, denn? Da oder nicht da bleiben? Schaut nicht, oder? Ein bisschen mehr, okay. Hey, ich muss halt wissen, wie lange er da bleiben will. Weil von ihm mache ich das halt abhängig. War es halt ein Macher, oder nicht? Hey, hier ist ein Wort. Ich glaube, der andere kommt auch gleich wieder. Der andere Kumpel. Der andere Kumpane. Da hat sie schon Angst. Das gutste. Ah, da ging das gerade nicht raus. Der Kuh geht gar nicht raus. Sehr krass. Ja. Komm raus, komm raus, woher du bist. Der Siren ist wieder da. Die könnten jetzt hier wieder so eine unnützkrasse Kumpi machen. Und dann hier sind es anscheinend wieder gestorben. Hey, ehrlich Sinn, ey. Ich weiß aber nicht, wie man auf die Idee... Ich denke mal, weil ich keine Kneiter, äh, keinen Snipement hatte, weil ich alter Anführungsfuss gepickt habe für den Jabber. Ähm, ich habe mit den Jabber getauscht. Und so soll das auch eigentlich sein. Dachte mir halt, dass das eine gute Idee ist. Aber irgendwie anscheinend... Ich stelle jetzt das raus, dass der Typ gerne Jungen rollt. Ich habe ihn extra noch gefragt, was er für einen Champion haben will. Morgana gewinnt gegen Seraph. Ah, geh. Ich will mich jetzt nicht damit aufregen. Morgana 56, Seraph 41. Okay. Sehr moderat. Bottom ist noch nicht gestorben. Tristana 52, 51, okay. Das heißt, unsere Craves hat mehr... ...ja... ...ja, mehr Damage gemacht im Moment. Das ist in Level 6. Ja, es ist mir schon klar, dass wir da drauf gehen sollen. Alter, was war das denn? Er wollte sich gerade mit schneller machen und dann war er auf einmal abgeboren, oder was? Was geht denn bei dir ab? Ich kann nicht die Sleeping Natur sein. Ich bin ein Spreuzengeist. Ich bin ein Spreuzengeist. Ich bin ein Spreuzengeist. Bitte, bleib, schau dir hier ab. es ist halt schon moderater damage muss ich sagen alter schwede leute er ernst jetzt alter schwede stürmer jetzt habe ich tipp aus so nicht meine freundin jetzt kommt jemand pink weg das geht mir auf den sacke sehr schön haben wir die noch ein bisschen verschreckt hier bottom zwei kills oder wen haben wir dann gekillt jetzt ja sehr raff und garner ja die kommen weg kommen wir weg die kämpfe ein bisschen rum denkt sie denkt sich ja ihr werdet mich nicht sehen aber wir sehen sie eindeutig es ist ohne frage er hat keine stelle hier hey ich würde mir gerne den pink kaufen danke und im moment läuft es muss ich sagen bottom sehr recht gut muss ich sagen die sind halt sehr große probleme gegen den jacks aber gut als jacks ist schon krass ich weiß nicht warum wir die top lane pick weil die ist halt einfach so ein champion der heilig abfällt aber mal schauen was der doppelten abgehend kriegen ja das stoff noch nicht schlecht und sagen wundert euch nicht der wort ist größer als in die krasse chance ja das ist halt der normale skin denn das ist der ganz alte skin für die leute die die normalen skin noch nicht kennen ich kenne mal viele kennen die normalen skin eventuell aber wo hatte ich den wort hingesetzt hier anscheinend gar nicht der bush anscheinend nicht okay ist der wort jetzt ausgelaufen oder hat er den geklärt gerade ich weiß gar nicht gar nicht richtig zugeschaut jake haben sie noch nicht sehr schön denkst du wieder da ich glaube die wollen dass wir einen pushen ja ich glaube da ist jemand im busch was böse ist im busch ja da ist böse ist im busch also das ist meine freunde buchster da ja woll so geht das leute so geht das nicht anders sowohl tippers tankt schon sehr schön es ist sehr schön tippers macht ihr noch ein bisschen die waves hier ein bisschen klein wenn ich das manchmal sage jetzt ich glaube dann als supporter sollte man eigentlich so gut wie möglich kein last zu nehmen weil das für die für den adc besser ist eindeutig und ja so ist es halt gut das ist mir relativ egal der tower ist da und kann ruhig von mir aus weg gehen weil ich hab da jetzt irgendwie keine mühe dass wir hier die ganze zeit bleiben und ich glaube ich hole mir gleich kanalisator jetzt noch hier bleiben muss ja jack so böse jack so definitiv böse jacks 42 haben wir schon gestorben der liefer 04 da waren aber 33 0 da waren richtig gut und er geht sofort darauf denkt dass das ist ein schöner japan wenn es auch nicht mein japan item bild ist aber egal er geht danach gut john scorn ok es ist mir klar dass jacks danach ein problem und tristana leider auch tristana es geht sehr hart und ins weg geben aber chemo stoppt das darauf der stelle auf stopp ja weiß jetzt nicht wie man mit dem gegen den seraph stirbt aber gut geben das sei noch geben das sei noch ok ok ah hier ist ein bot drin ok ok Klingt wenn wir sagen ich kann aber jetzt glaube ich das wahrscheinlich das buschmann Blaiselford ja das ist mir klar das ist mir klar ich kann glaub klopfen gut jawoll sehr schön ich wollte nur ein autotick drauf machen mehr nicht was kann ich wohl lasst mich bloß in ruhe hier erkunden sehr schön der jackson 6 2 ich glaube der wird uns am ende alle ficken ich kann da gerade nichts dazu sagen mehr oder weniger weil es ist gerade einfach zu krass es ist gerade zu krass der und sie dem bnz es ist hart aber man muss man muss einfach es ist einfach leute es ist halt einfach leute man hat gute und schlechte leute und geld spenden ja ist schon dauer mussten sarkaum nicht geben eventuell zeigte mir nun ich brauchte doch für den infinity age fragte ich ja ja die du bist hier nicht mehr vor live mein freund jetzt geht er weg der ist schon der schon hammer muss ich ehrlich sagen gut ich bin weg relativ da fackel ich nicht lange da bin ich weg werde mir auch katalysator holen und werde definitiv denke ich mal support ap gehen werde der zweite ap carry sein mehr oder weniger denke ich mal damit ich dann wenn er sehr oft damage spür das hat noch ein bisschen mehr brusten kann und er stirbt er stirbt ja er stirbt definitiv stirbt eiskalt ich komme bitte ja sage ich gut gut so ich komme bitte mit aber auch noch ein bisschen java ist noch nicht tot ich habe gedacht eventuell tot ist hey was klappt schön dass mir hier alles geworden ist es geht hier hey gut Junge was ist mit euch verkehrt können wir sagen was mit euch verkehrt ist also wo habe ich denn ja 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 auf jeden fall kassiert hat kassiert ins fressbrett krex macht damage oder? krass an. ich hatte stun ab und kann grad nichts machen. schade, schweig krex ab ok, so, so das ding. oder? egal. schon mal gar nichts. ah, das fies auch gerade weg. sehr schön. sehr schön. jawohl, machen wir jetzt hier smite, smite. tot. ja, bin tot. kein guter fight. überhaupt kein guter fight. wo ist unser krex? krex hat ulti, aber hat glaube kein mana, wie ich das gerade sehe. bottom pusht aber sehr schön. oh, und da ist die ulti rausgekommen, äh, von sich an. und der kill kriegt sicherlich morgana oder tristana. tristana war mir klar. der nächste kill geht an tristana. sehr schön. nicht gut, nicht gut, gar nicht gut. es ist nicht gut, was gerade so läuft hier. weiß auch gerade nicht warum das jetzt so läuft. ich gerade wirklich nicht. jacks 7,2 ist der Hammer. jacks 7,2. größere 2,0 bei uns. für farm? 5,5. ja, hat mehr farm definitiv. sehr schön. es ist definitiv eine schwere geburt, sag ich. das wird es definitiv. das, damit kann ich, weiß ich nicht, alles darauf wetten, dass das schwer war, das game. das ist nicht einfach. wir haben den zweiten track nicht bekommen. wir haben den track nicht bekommen. sehr schön, das ist grandios. muss man ehrlich sagen. es ist schon krass, dass wir den zweiten track nicht bekommen haben. ich kann es gerade selber nicht so richtig fassen. sejuani. sejuani jungle wieder viable. ich finde es schon krass irgendwie, dass die wieder da ist. wenn es halt ein bisschen schwachsinn möchte, dass wir den zweiten track nicht bekommen. boots! okay, helf. ja da, Junge. die Popper da. verpiss dich doch einfach. alter Schöne, ey. so dumm. dieser move. richtig dumm, ne? meanwhile in top. der grave seller ist total witzig. derzeit auf top lane. boots! nichts! boots! nichts! die nichts fahren. zwei leute drinne. ja, eins. ja, ich weiß nicht, ob die uns deifen. denk mal nicht, denk mal nicht, ne. denk ich nicht, ne, denk nicht. denk mal, das ist für die zu heikel. okay. sehr, sehr schön. sehr, sehr schön. boots! alter! da fuß ich erstmal durch die Maure geschossen. das ist ein Held. das ist ein Held. ein Held der Titanic. das ist da mal. der ist gut. muss ich ehrlich sagen. der ist sehr gut. ne. das ist grausam. muss ich ehrlich sagen. muss ich ehrlich sagen. neuer bekommen. ich denke mal ja nicht. tja. bb. not with me. not with me. not with me. so. da tut mir ja kein pink mehr rein. weg gerade. joani will es wissen. ich geh aber auch den self weg lang. weil das ist mir eindeutig. ein bisschen zu ist. nein. unser schönes ist dort. ja. ist dort. oder er ist dort mehr so gesagt. gar nicht. das ist ein bisschen zu sein. es kann gehen nicht zu sein. ich habe keinen bock da drauf. dass wir verlieren. ehrlich. es ist so. auf den Sack. Ich hab da ehrlich gesagt keine Lust drauf. Das geht mir tierisch auf den Sack. Weil ich hab grad zwei Punkte. Ich hab ja letztes Game, wo ich mit Rico gezockt hab, 20 Punkte verloren. Stand auf 22 Punkte, 20 Punkte minus, 2 Punkte. Und ich hab ehrlich gesagt keine Lust das Game Video zu verlieren. Weil diesmal ist es, diesmal ist es ein Solo-Q. Und ich frag mich halt wirklich an wen es liegt. Es ist halt wieder eine retardete Mitte. 1-6. 1-6. Überlegt es euch mal. 1-6 Leute. Trifft so gut wie gar nichts. Aber. Folgt mir jetzt. Hey wir haben den Jax getötet. Was? Ich hab keine Lust das Spiel jetzt ehrlich gesagt zu verlieren. Keine Lust. Glaubt nicht. 4-2 zu klein. Troș. 2-4. 4-4. 5-4. 2-4. 5-4. 1-4. 2-4. 4-4. verpässt dich von mir ich habe keine walds du weißt schon wieder so riskier ja ja ich hab ja ein bisschen damage gemacht hat mit tippos das hat einfach das zeit war total schlecht dass der java für kanzler gerade muss ich ehrlich sagt das ist nicht gut da hätte ich selber java gespielt und die nicht den überlassen aber ich bin halt muss man sagt zu nett ja muss sagen bin ich zu nett dafür weil ich ihnen extra java gepickt habe und ja ich weiß nicht ob es so der fehler war es ist aber niemand gestorben das wenigstens die hauptsache sehr schnell sterben können jetzt passiert dass ich jetzt dann ab weil die idee ist mit enden dann nicht abzuhaben kannst sobald der kuh fliegt kannst du auch den aktivieren ich glaube ich sehe das gerade nicht wie ich zeige und da wird der fliegende kuh zum stand das ist halt um die leute zu irritieren die es nicht wissen nach sind ja kein stand ab die ist gefährlich die ist nicht gefährlich und dann wupp auf einmal hat die stunt um stunt ein und du wirst dir eigentlich die ganze zeit gerade sichern dass es nicht so ist ok ok sei ne richtig gute kurzfreude ja wow ich glaube seit ultim der war die auch anders an was wurde da von mir ich bin er nie 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 wir haben es gerade sehr gut waren sehr schönes typos taktik über den mittelraum einnötig ich bin weg kennt mich mal alle ich bin schön auf die karte nicht dass die tristana noch irgendwo angejumped kommen irgendwie mich tötet darauf habe ich überhaupt keine lust dass sie noch ankommt und sagt ich bin da das lasse ich nicht zu weil so doof bin ich auch wieder nicht nur sehr schwer die haben uns richtig eingepusht haben glaubt die erste linie gerade nummern und nicht mal die ersten topdauer besiegt es wird sehr schwer aber leute es wärs uns nicht league of legends wenn es nicht league of legends wenn es nicht schwer wäre wenn man anfang nicht nach hinten liegt der es nicht league of legends road to platin mit eurem hütte ich sagen man sieht hier eventuell nicht die schwersten aber schon die ich bin ich fertig ich bin ich richtig damit gemacht der wixer Sehr schön. Wir machen jetzt den Pinkwood weg, oder? Ja, wir machen den Pinkwood weg. Ich hoffe, der kommt schon. Der liegt doch noch. Auf, auf Mittag, Leute. Das ist das Comeback, Leute. Das ist das Comeback. So spielt man League of Legends, Leute. So spielt man League of Legends. Oh, er ist tot. Ja, Tristana ist tot. Sehr schön. Herr Tillos, hängt bitte. Das ist sehr nett. Danke. Mein Bär. Das ist sehr nett, dass du denkst. Gibt keine Minions kaputt. Hast du einen Eevee kaputt machen? Sehr schön. Bottom pusht auch automatisch. Sehr, sehr schön. Das ist, wie aus dem Erbuch, muss man sagen, das ist prima. Sehr prima. Das war ein sehr guter Push. Danach Back. Wir haben jetzt gerade zwei Tower, ein Eevee. Ne, drei Tower und ein Eevee bekommen. Das war sehr gut. Muss man sagen. Baron Buff. Das ist eine sehr schlechte Idee, wenn wir den jetzt machen. Sehr, sehr schlecht. Wird mir die richtig in die Arme greifen. Und richtig throwen. Das wäre überhaupt nicht sehr gut. Das wäre gar nicht gut. Muss man einfach wirklich so sagen. Ja, mit Drake bin ich zufrieden. Oder? Dann hole ich mir noch einen Pinkwort. Weil er ist eigentlich sehr nützvoll. Graves hat 4-2. Solid. Nicht schlecht. Das ist halt einfach jemand, der viel Damage macht. Kann man einfach so sagen. Ein Bündchen. Annie. Ah, Annie ist da. Das ist gerade, dass man selber schon wo sie ist. Alter. Geht aber echt in den Räumen, da? Ey. Was glaubt? Bitches. Das ist das. Okay. Ich glaub den sowieso nicht. Das ist so. Ich glaub den sowieso nicht. Go. Ja, die machen den die gerade. Das ist halt. Egal. Machen wir doch. gut er hat immer noch Ulti willst du mich verarschen oder was? ja ist so lächerlich 2 getötet alle Ultis raus Sonja's raus sehr schön sehr 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 schön Tja Wichser was geht ab Leute da ist es die Sijani hat das sehr gut gemacht von hinten ist sie gekommen wollte uns halt von hinten hart fisten muss man ich muss halt wirklich das gerade so exzessiv sagen ist einfach so sie wollte uns halt gerade richtig hart aber no 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 sagt der Hüte so nicht ich bin der Einzelste der das mit Annie macht mit Bernd Tippers ja und das Game läuft gerade viel zu gut um es zu throw wir sind weiß ich nicht in welchen Track wir reingegangen ich hätte den Craves besser beschützen müssen aber ich weiß nicht was ich noch alles raushauen soll ähm für ja ich sag mal das wäre jetzt ist halt die Frage voll die Frage ich werde einfach nur die XP haben ich weiß die haben glaube ich drei Trackens haben drei Trackens ja wir brauchen mehr Wards wer ist denn hier der Support? ja ich bin der Support ja ich bin der Support ja kein Problem kein Problem kein Problem kein Problem überhaupt kein Problem mein Freund so dann tun wir mal wieder an Bord hin so schön gut wir tun mal an Bord hin wir tun mal an Bord hin hey 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 das ist halt Schluss du scheißt zuern geht schon ist halt einfach zu dummein Leute nicht zu dummein ach meine Ulti ist gar nicht raus oder was oder haben die Dings total gebürstet haben die grad Tippes total getot gemacht? tot geworden? das ist halt wirklich grad die Frage Craves liegt noch? bitte make damage bitte mach damage bitte mach damage bitte mach damage bitte mach damage Craves alter Schwede alter Schwede jetzt kannst du auch abholen jetzt kannst du auch abholen jetzt ehrlich der hätte einfach gecited hit run hit run vielleicht oder hätte er ihn getötet? nein ich muss halt noch sterben ich muss halt noch sterben es ist halt ein Jax Jax ist krass ich baue Exhaust dazu Leute kommt auf auf kein Ulti verschwinden außer Craves gut oh er tänzt jetzt nach halt so schön da ja war klar war klar dass er dankt das ja das war klar fickt euch Leute ah das muss sein das muss sein Leute das muss sein da muss der Tibbers rausgemacht werden da muss ich jetzt den Tower defendern wirklich ich vermisse dich alle alles geil bin ich nichts ich kann tipp was mit R äh mit R und Klick ähm steuern das kann ich sehr schön muss ich sagen hey lauf geht doch nicht hehehe aufpassen 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 no 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 bin ich gar nicht dafür was ist denn so ein scheiß positioning so ein scheiß was machen wir da Toplin Toplin ist auch grad gar nicht gut unsere Lame push das meine ich aber die sind halt alle grad Toplin und das ist halt sehr 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 merkwürdig muss ich sagen und was macht mit sie gerade was macht mit sie gerade was macht mit sie gerade mit ist tot mitte ist tot klasse mitte ist tot schön ja schön ist ja schön und wo ist das alles? ne ist nicht so der Fall ja bleibt sterben ja neues 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 sehr 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 schön so kann man das Spiel auf und nach den schönen Vorteilen li muß Tengibarn li muss einnehmig es ist der hammer einfach das spiel ist höchstwahrscheinlich gewonnen für die die ist da ja weiß ich nicht so halten können da ist es wirklich nicht ich kann es jetzt wirklich nicht sagen es ist halt wirklich ich glaube jetzt gleich mal nur da muss ich die einzige schau ist doch wirklich nicht zu viel verlangt oder serra 15 5 10 muss er wirklich auf der mitsch kommt das ist aber halt sehr schwer ich glaube rabattons bauen sollen noch nicht so def und tristaler wird einfach zur maschine ist immer so und jacks auch jacks hat verlassen ist verlassen motorplaner und die ist halt einfach hier die skaliert nicht in und weg gehen gibt es gar nicht solche halt nämlich auch kein news von jane mehr ich habe mir gedacht hat java da man geil bei japan ist halt eigentlich mit einer der krassesten kann wenn die mir helfen leute serra fiedelt gerade sehr sehr schön es ist gerade ohne mal ich weiß gar nicht was da los ist weiß gar wirklich nicht ist es mir es ist mir unbegreiflich es ist mir gerade unbegreiflich wir haben schon wieder ein spiel verloren es ist da haben wir einfach nur ich kann gerade nichts dazu sagen ihr seht es gerade selber es liegt nicht an mir leute wir uns beim nächsten mal bei league of legends bei road to platin mit euren hütte und schausen mit